The Power am Damenflügel. Zu zurückhaltend. Ich stand richtig, richtig fett in der Partie. Okay, mit dem Spiel ich The Power? Der ist doch eigentlich normalerweise in meinem Team. Wer spielt für welches Team? Team Uschi. Der Prinzo. Grüß dich, danke für den Sub. Magic for Cool genauso. B6 hier. Lange Ruhada hat er gemacht, nicht ich. Kann ja nicht für mich nachteilig gewesen sein. Geben wir hier mal einen Schach. Läufer G7. Hier geht aber Springer E6 mit der Idee Springer schlicht G7. Kurze Ruhada, ja. Aber ich glaube nicht, dass die kurze Ruhada das Problem war. Das Problem war, dass ich danach nicht angegriffen habe vernünftig. Ich habe zu zurückhaltend gespielt mit Läufer H7 und so. Etwas zu viele Tempi verloren mit Turm B8, Turm D8 und so. War eigentlich unnötig. Ich stand nach der Eröffnung einfach klar besser und habe einfach... Ich muss gestehen, ich habe ein bisschen... Bin auch nicht ernst genommen. Springer E7, ja. Hm. Kann ich jetzt mit C3 einfach, ne, spielen. C4 meine ich. Einfach den Springer da festsetzen. Einfach einen Bauernmeer. Er kann auch nicht ruhig hier, ne. Dame H7 ist so... Naja, Springer E5, okay. Was ist, wenn ich nehme? Er nimmt Dame H5 Schach, geht noch König E7. Das sieht total gewonnen aus, wenn ich Turm E5 spiele. Dame dahin, Dame F7, kommt Springer C7. König E7, Läufer G5, König D6. Okay, komm. Normale Züge. Nach langem Hochhade standest du mit 1,5 Punkten im Plus am besten, ja. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Ich hatte das auch im Gefühl, aber ich habe dann einfach... Ähm... Ich weiß nicht, auch ein bisschen nachgelassen beim Nachdenken, so generell, ne. Einfach nicht so richtig... Boah, ist die Stellung schlecht für ihn. Ich kann irgendwas spielen. Das ist auch so eine Partie, wo ich jetzt auch gar nicht mehr groß nachdenke. Weil irgendwie alles gewinnt. Läufer F4 sieht auch fett aus, mit der Idee Springer C7, ne. Und wenn er nimmt, nehme ich. Und er kann nicht nehmen, wegen Turm E1 wahrscheinlich. Sein König steht natürlich sehr schlecht hier. Er läuft ganz weg mit der Dame. Machen wir Turm A1. Jetzt drohen hier natürlich tausend Abzüge, ne. Er nimmt raus. Ja, nehme ich mit dem Turm, ne. Ist ein Schach und der muss den König ziehen. Uff, da sieht ja auch gruselig aus. Es gewinnt irgendwie alles. G4. Ach, ist egal. Kein Bock nachzudehnen. Es droht ja auch sowas wie Dame F5 und Springer D6 Schach. Es droht alles, ne. Ja. Ich kann eine ganze Figur gewinnen. Springer G5, ist das matt zufällig? Springer G5, König G7. Ne. Dann machen wir Dame F5. G5, Springer D6 und dann Springer B7, ne. Und das ist sogar matt. Das ist sogar matt, ne. Jo, das ist sogar matt. Gab null Punkte für den Sieg. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.